Musik Zwei Krampusvereine zählt der Ort St. Tanten am Arlberg. Die Arlberg-Basskrampaler mit Obmann Christoph Hafele und die Jakover-Krampaler unter Obmann Simon Zangerl. Bei den Arlberg-Basskrampalern steht heuer ein Jubiläum an. Der 20. Umzug am 5. Dezember wird im Jubiläumsjahr noch grösser, imposanter und schauriger. Auch begleiten die Krampaler den Nikolaus am 5. Dezember bei seinen Hausbesuchen. Zusätzlich wirkt der Krampusverein bei weiteren Umzügen im Bezirk Lande-Knitt. Auch für den Glühweinausschank bei der Skishow zeigen sich die Mitglieder ca. 3-4 Mal pro Wintersaison verantwortlich. Zum Verein der Jakover-Krampaler zählen 32 Mitglieder. Ein Highlight im Terminkalender ist die Ausstellung vom 10. bis 12. November im Stadel von Werner-Weilser in St. Jakob. Der 5. Dezember steht für die Jakover-Krampaler ebenfalls im Zeichen der Hausbesuche. Musik Musik